Argumente begegnen uns überall, sowohl im Alltag und in politischen Debatten, als auch bei wissenschaftlichen Arbeiten. Um da den Überblick zu bewahren, haben sich kluge Köpfe einige Argumente mal näher angesehen und sie zu Argumentarten oder Argumenttypen zusammengefasst. Diese Argumenttypen sind wie Schablonen, die sich beliebig an alle Argumente anlegen lassen, die einem so über den Weg laufen. Sie dienen der Klassifizierung und können sowohl beim Angreifen von Argumenten helfen, als auch als Kreativitätstechnik zum Finden eigener Argumente. Zur genaueren Unterteilung der Argumenttypen gibt es Topoi. Das sind quasi Fundstellen oder Mustervorlagen für Argumente, die abhängig von den einzelnen Argumenttypen sind. Klingt kompliziert, erklärt sich aber bei der Anwendung von selbst. Starten wir mit dem Analogie-Argument. Eine Analogie ist ein Vergleich auf der Grundlage ähnlicher Eigenschaften. Zum Beispiel dieser hier. Du isst doch gerne Burger, dann ist Pizza bestimmt genau das Richtige für dich. Die Grundannahme hinter jedem Analogie-Argument ist, dass ähnliche Sachverhalte auch ähnlich zu beurteilen sind. Eine Pizza ist genau wie ein Burger, fettig, kalorienhaltig und leider ziemlich lecker. Daraus schließe ich, wer das eine mag, wird zum anderen auch nicht Nein sagen. Das geht natürlich auch genau umgekehrt. Beim sogenannten Disanalogie-Argument werden nicht ähnliche, sondern unterschiedliche Eigenschaften hervorgehoben. Im Gegensatz zu Pizza ist Gemüse wenigstens gesund. So ein Analogie- oder Disanalogie-Argument kann dann auch in verschiedenen Topoi gegliedert werden, die sich für diese Argumenttypen besonders gut eignen. Raum, Zeit, Gattung und involvierte Personen sind nur einige davon. Im ersten Beispiel haben wir als Topos die Gattung genommen. Sowohl Pizza als auch Burger zählen zur Gattung Fast Food. Im zweiten Beispiel wurde hingegen die gesundheitliche Auswirkung hervorgehoben. Sehen wir uns als nächstes das Autoritätsargument an. Autoritätsargumente berufen sich, wie der Name schon sagt, auf Autoritäten. Das können reale Personen sein oder auch Institutionen. Vorzugsweise Leute, die auch wirklich Ahnung haben. Wie ein anerkannter Experte berichtet, verlängert täglicher Pizzaverzehr das Leben. Expertenmeinungen machen ziemlich Eindruck, sollten aber trotzdem immer kritisch hinterfragt werden. Aber dazu später mehr. Auch Gesetze, Dogmen oder Mehrheitsmeinungen können in manchen Kontexten als Autoritätsargumente dienen. Zum Beispiel sollte man bei Rot nicht über die Straße gehen. Das Gesetz. Wenn die Autorität aber nicht von beiden Gesprächspartnern anerkannt wird, bleibt das Argument wirkungslos. Für wissenschaftliches Arbeiten eignen sich Autoritätsargumente eher selten, außer es handelt sich um Statistiken oder Expertenwissen. Aber auch deren Erkenntnisse sind anfechtbar. Kommen wir zum Induktionsargument. Hier wird vom Einzelfall auf den Regelfall geschlossen. Also ich habe neulich Pizza zum Frühstück gegessen und war danach so fit wie nie. Das ist ein Einzelfall. Was dabei aber implizit mit gemeint ist, der Einzelfall ist eigentlich die Regel. Ich sollte jeden Tag Pizza essen. Dieser Einzelfall kann real oder auch ausgedacht sein. Wärst du nicht auch froh, mal fit zur Arbeit zu kommen? Ist so ein fingiertes Beispiel. Es hat in der Realität zwar nie stattgefunden, ist aber trotzdem vorstellbar. Nun zum Kausalargument. Hier kommt das Verhältnis von Ursache und Wirkung ins Spiel. Gerade in politischen Debatten kommt dieses Argument sehr häufig zum Einsatz, da es mögliche Konsequenzen einer Entscheidung aufzeigt. Zum Beispiel, höhere Preise verstärken doch nur die soziale Ungleichheit. Von der Ursache, also den Preisen, wird auf die Wirkung, hier die soziale Ungleichheit, geschlossen. Möglich wäre es auch, einen Fall aus der Vergangenheit heranzuziehen, bei dem genau diese Konsequenz eingetroffen ist. Zu guter Letzt noch das Teil-Ganzes-Argument. Der Name sagt schon alles. Beim Teil-Ganzes-Argument wird von einem Teilaspekt einer Sache auf den Gesamtfall geschlossen. Oder umgekehrt. Wenn ich argumentiere, Italien ist auf jeden Fall ein gutes Urlaubsziel, da gibt es das beste Eis. Dann messe ich dem Teilaspekt Eis ein besonderes Gewicht bei und blende unwichtige Aspekte aus. Zum Beispiel nervige Touristen. So, das war es erstmal mit den Argumenten. Es gibt natürlich noch andere, aber das waren die wichtigsten. Dem eines dieser Argumente begegnet, hat in der Regel drei Optionen, sie zu widerlegen. Als erstes das Gegenargument. Das kennen wir noch aus dem Schulunterricht. Statt ein Argument direkt anzugreifen, wird es einfach ignoriert und ein stärkeres Argument formuliert, das dagegen gehalten werden kann. Wenn euch jemand beim Fußballspielen an den Kopf wirft, Mensch, das Tor war doch frei, da hättest du auf jeden Fall treffen müssen und das Tor war wirklich frei, dann gibt es da nichts dran zu rütteln. Aber vielleicht gab es ja andere Faktoren, die entscheidender waren. Zum Beispiel, ja, kann ja sein, dass das Tor frei war, aber hast du die heftige Windböe nicht bemerkt? Eine andere Möglichkeit ist, das Argument des anderen zu spiegeln. Der Argumenttyp ist also der gleiche, aber die Prämisse wird dabei verändert. Beim Autofahren kommt euer Beifahrer mit einem Autoritätsargument. Meine Mutter hat gesagt, dass man immer rechts fahren muss. Dann könnt ihr ganz schlagfertig erwidern. Und meine Mutter, die übrigens viel mehr Ahnung hat, fährt immer links. Das Problem bei Spiegelargumenten ist, dass ihr euch damit auf die innere Logik des Arguments einlasst, das ihr wiederlegen wollt. In diesem Fall hier steht Aussage gegen Aussage. Die Argumentierenden können sich jetzt auf ein Pad einigen und beide ihre Argumente zurückziehen. Ein mögliches Pad wäre, okay, halten wir unsere Mutter daraus und lesen die STVO. Die STVO ist dann ein Gesetzbuch und damit Grundlage für ein neues Autoritätsargument. Es kann eine dritte Person ankommen und sagen, ich kenne aber ein viel besseres Gesetz und so weiter. Die dritte Möglichkeit, ein Argument anzugreifen, ist das Stellen von Einwänden und kritischen Fragen. Kommt mal wieder jemand mit dem Argument, Pizza-Verzehr am Morgen führt zu mehr Leistungen im Arbeitsalltag, habe ich gelesen. Könnte man zum Beispiel fragen, kommt die Infos einer seriösen Studie? Gibt es überhaupt einen kausalen Zusammenhang zwischen Pizza und Leistung oder handelt es sich um eine zufällige Korrelation? Oder wie ist Leistung hier definiert? Was ist das überhaupt? Kann man das messen? Das führt im besten Fall dazu, dass das andere Argument vorgeführt oder stark relativiert wird. Auf ein relativiertes Argument lässt sich dann wiederum umso besser mit einem Gegenargument antworten. Und so schließt sich der Kreis. Aber halt mal, einige Argumente sind gar keine richtigen Argumente, sondern tun nur so als ob. Im besten Fall handelt es sich dabei um ungewollte Fehlschlüsse. Manchmal werden Scheinargumente aber auch absichtlich benutzt. Diese gilt es dann auch als solche zu erkennen. Zum Beispiel das Argumentum ad hominem. Wer kennt es nicht? Dabei wird nicht das Argument, sondern die Person, die es äußert, angegriffen, um ihre Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Dieses hier hat bestimmt jeder schon mal gehört. Wenn Sie sich für Umweltschutz einsetzen, warum haben Sie dann ein Smartphone? Der Punkt ist aber, die argumentierende Person könnte auch ein eigenes Kohlekraftwerk besitzen. Das hat aber auf ihre Forderung nach mehr Umweltschutz per se keinen Anfluss. Ebenso häufig sind vorschnelle Verallgemeinerungen. Die sind nicht unbedingt immer falsch, aber eben ziemlich allgemein. Zum Beispiel, Basilikum ist aber sehr gesund, da sollte man Pizza wirklich nicht schlecht reden. Ohne eine stichhaltige Begründung, warum gerade diese Verallgemeinerung in diesem Fall zulässig ist, handelt es sich um kein akzeptables Argument. Zum Abschluss jetzt noch einen anderen bliebten Fehlschluss. Danach also deswegen. Oder auf Lateinisch post hoc ergo propter. Zwei unterschiedliche Dinge geschehen zufällig nacheinander und ihnen wird eine kausale Beziehung unterstellt. Seit es an der Schulkantine Pizza im Angebot gibt, haben sich bei vielen die Schulnoten verbessert. Falsch wäre es jetzt anzunehmen, dass das eine auch automatisch zum anderen geführt hat. Bei gleichzeitigen Ereignissen kann es sogar umgekehrt sein. Vielleicht haben die guten Schulnoten das Personal in der Kantine veranlasst, zur Belohnung der Schüler, Pizza ins Angebot zu nehmen. So, das war's. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wir haben euch fünf wichtige Argumenttypen vorgestellt. Das Autoritätsargument, das Induktionsargument, das Kausalargument, das Analogieargument und das Teilganzesargument. Argumente lassen sich auf drei Arten widerlegen. Durch ein stärkeres Gegenargument, ein Spiegelargument oder durch Einwände und kritische Fragen. Vor Fehlschlüssen und Scheinargumenten sollte man sich in Acht nehmen. Hier genannt wurden Angriffe auf Personen, Forschende für Allgemeinerungen und scheinbare Kausalität. Weitere Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Bis dahin, viel Spaß beim Argumentieren.